Ich denke, dass das Medien sind oder Fans, die sich diesen Namen ausgedacht haben, aber ich persönlich, ich lege da jetzt nicht allzu großen Wert drauf und ich höre da nicht allzu groß hin. Dabei zu sein und jeden Tag die besten Spieler der Welt zu sehen und sich selbst gegen sie zu messen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Musik 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 Er ist fleißig, er arbeitet an Kleinigkeiten, er ist technisch gut, er will noch besser werden und das ist das Ziel von jedem Spieler da drüben. Er ist in einer guten Organisation, auf ihn wird gesetzt. Musik 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 Musik